Also Donald Trump, Erdogan und Wladimir Putin sind sehr korrupte Staatsoberhäupter und sich sehr stark bereichern, wo sie nur können. Und dann ist mir Geld entgegeben. Und jetzt einer, den ich noch vergessen habe, der lustigste Faune, Silio Berlusconi, war schon richtig korrupt, früh kapitalistisch veranlagt. Und das Beste wäre es jetzt natürlich einfach, wenn die vier fehlbaren Staatsoberhäupter ihres Geld einfach mir überschreiben würden. Und eines muss ich Ihnen noch sagen, ein Dankeschön und Dankeschön.